Gut. Hast du Zielfernrohr? Ja, haben wir jetzt. Zielfernrohr. Ist jetzt nicht so der Burner, aber besser wie ein X. Was benutzt du es? Wenn du anlegst und dann X drückst. Also X ist nur der hier. Du machst jetzt nichts außer X. Dann passiert nur dieser Kurzzoom. Okay, macht jetzt aber auch nicht viel mehr als wenn ich warte bis mein eigentliches Fadenkreuz klein ist. Ja, aber du hast vielleicht nochmal, naja, wenn ich jetzt so nehme, da musst du warten bis du, ne? Wenn ich jetzt hergehe, bin ich direkt drauf. Und ich habe vielleicht nochmal, muss mal ausprobieren. Ja, ist schon nicht schlecht. Warte mal, wir haben hier noch einen Raum gehabt, ist mir gerade noch aufgefallen beim Gehen, den wir noch nicht hatten. Pillen? Pillen? Pillen zum Chillen. Munition. Jetzt bin ich gespannt. Müssen wir das selber machen? Oha, Junge, hast du gesoffen? Wäre mal besser gewesen, wir hätten es selber gemacht. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Gehen wir. Oh, Eishockey ist dein Ding. Oh, Football ist mein Ding. 2013. Okay, wir sind in 2013 praktisch gestartet, als das Ganze bei Joel und seiner Tochter passiert ist. Was macht die da eigentlich? Hat die da irgendwas reingelegt? Ne. Wir lassen die Hunde Hunde sein. Hunde sind cool. Ich hätte auch gerne einen Hund. Ich habe dafür aber leider keine Zeit. Das wäre Tierquellerei, das mache ich nicht. Liegt da noch was? Jetzt würde ich gerne wissen, ob da was liegt. Nicht, dass wir an den Hunden vorbei. Natürlich ist auf der Seite kein Fenster. Wo sind die Hunde? Die waren doch vorher hier, oder? Die sind irgendwo runtergerannt. Echt? Mhm. Dann machen die mir gar nichts? Ich denke jetzt nicht. Ein Dreirad? Ja, ein kleiner Spielplatz. Ist natürlich immer schön, wenn man sowas sieht, aber... Wo sind die Hunde hin? Ah. Wyoming, da war ich schon. In Wyoming war ich schon. Wyoming ist aber von Boston, Pittsburgh die Ecke. Ist ein Stück. Also ich behaupte mal, zu Fuß mit dem Auto, also zu Fuß sowieso ewig, aber mit dem Auto bist du da locker eine Woche unterwegs. Ich behaupte ich jetzt immer. Also da musst du schon einen Tag mindestens so fünf, sechs Stunden oder weniger schlafen. So. Ich glaube, ja. Okay. Okay. Locker. Alter, ich hab... Verpiss dich. Lass mich da vorbei. So. Danke fürs Gespräch. Ich verbinde uns erst mal. Alter, ich hab nichts gemacht. Zu frech verbunden, Mann! Okay, das war für die Katz, was ich gerade gemacht habe. Alter. Rechts das Fenster. Alter, ist gut. Du bist am Arsch, Junge. Bist am Arsch. Na ja, noch ist gar nichts passiert, aber Shorty hilft mir. Weißt du, was dein Fehler ist? Du gehst die Treppe hoch. Ich stehe dem Rücken. Sauerei, wisch mal einer die Treppe weg. Ist hier noch jemand? Nicht. Okay. Dem haben wir echt noch vor der Kanone die Rüge geballert. Kannst du da raus... Raussnipern? Äh, es wird nix nützen. Nein. Ich hab eh kein freies Schussfeld von hier. Sagt er noch? Tatsache. Okay, wollte ich nicht. Hat er was? Nein. Weiß er überhaupt, dass wir hier sind? Hm, ich glaube schon. Also, dass wir hier jetzt... Ja, ich meine, okay, er kann sich's denken, aber... Weiß er, dass... Äh... Oh, da ist Heal. Nehmen wir mit. Die Hunde irritieren mich gerade ein bisschen. Das ist jetzt noch schlauer. Also, zielen kann er. Ich glaube, du musst wahrscheinlich die Hütte rein und ihn klar machen, ey. Ja, aber ich seh jetzt gerade keinen anderen Weg. Okay, ich könnte von, oder hätte ich's probieren können. Ich seh mal. Was habt ihr hier zu suchen? Eigentlich suchen wir nix. Alter! Ist gut jetzt. Ich würde nicht sagen, der hat's drauf, aber... Ich glaube, du triffst ihn nicht, weil er sich eh dahinter versteckt. Ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht, dass du nirgendwo einen Schusswinkel hast. Okay. Folgendes. Verbinden. Aus dem Fenster raus, rechts hin das Haus. Und erst nochmal zwei gebaut. Wie viele Pillen haben wir? 40? Nützt uns nix. Okay. Okay, die Schlussfolge ist geil. Aus dem Fenster raus. Tul den Fenster raus. Es ist bei der Fenster raus. Hussein aus dem Fenster raus. Alter, der ist unterhaltsammer. Wo ist der andere? Ist der gleich tot? Mhm. Pony, das trifft uns nicht. Okay, wir sind fast da. Alter. Alter. Wichser. Dann müssen wir irgendwo rein, suchen wir hier drüben und ausperren. Wo war der hier hin? Wo war der hier hin? Da ist der! Wir müssen doch nicht süchter sein! Ich werde hier drüben... In den verbrannten Haus! Hm. Den erwischt du nicht. Den erwischt du nicht. Schnapp sie Jungs! Okay, er von oben kann uns schonmal nichts mehr. So, Shorty oder Dicke Bärter? Dicke Bärter würde ich nennen. Richtig blutig soll's werden. So, langsam. Dicke Bärter. Wahrscheinlich, wenn wir da durchlaufen, weiß er, dass wir da sind. Ja, noch eins oben höher, oder? Mh. 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 Der hat uns jetzt echt Zeug gekostet, ne? Mh. 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 Und da war er zumindest drin. Da ist die Waffe. Er hat sogar n Stativ ... Hat sich verpisst, ne? Oh. War doch klar. Natürlich. Oh, cool. Oh ja. Bleib mal da oben. Ja, aber gut. Ich bin besser. Na los, Leute. Ach, verdammt. Erster daneben, ey. Bauchschuss. Oh, ich sehe keinen. In den Arsch. Alter, zweites Arschloch geschossen. Oh. Ich kann es ja wohl vergessen. Wie soll denn der da wegkommen? Also, wenn ich die in dem Humble wäre, hätte ich schon längst den Sniper mit dem Kaliber 50 ausgeschaltet. Ja, da war ordentlich Schuss da oben, ey. Das war der Fehler. Oh, wenn er rauskommt, muss ich schießen, oder? Ich möchte... Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Probier's raus? Ne. Wir müssen weg. Okay. Sam! Hit! Sam! Alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, ach! Gehen wir! Ach, man hätte noch zoomen können. Schminder, schneller, schneller. Der Klicke hat rote Haare erschießen. Nein, 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 nein. Also, ich will ja nichts sagen, aber da kommst du mit dem Sniper auch nicht mal hinterher. Nimm doch die Sniper mit, du Idiot! Können wir bitte irgendwie, ähm... Ich bin immer wieder erstaunt, dass die Klicker, obwohl sie ja nur hören und sehen, so effizient irgendwie verfolgen können. Ich verstehe nicht, warum er sein Gewehr nicht tagelassen hat und die Sniper mitgenommen hat. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja. Was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, ähm... Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Oh, mal sehen. Skorpione sind gruselig. Ähm... Allein zu sein? Ich hab Angst davor, allein zu leben. Und was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich hab Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir halten uns gegenseitig. Und zweitens... Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus. Aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich mein... Ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Hm, nicht wirklich. Ja. Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn hier nicht weg. Okay. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Ja. Braucht mal nichts zu sagen. Wortlos. Nee. Oh Mann. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Hm. Na ja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. 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 Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mal keiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, 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 bist du okay? Oh, mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Das ist alles deine Schuld! Henry! Henry, nicht!